Erst vor wenigen Tagen habe ich ein Video aufgenommen, wo es um den Tod von John Arnold geht, also Samuel L. Jacksons Charakter, und habe das Video ganz verheißungsvoll genannt. Wir lösen das größte Mysterium aus Jurassic Park. Beim Durchlesen der Kommentare bin ich da auf einen ganz speziellen Kommentar gestoßen, und zwar von Arctros1845. Er hat nämlich geschrieben, ich finde die Schlucht oder den Abhang oder Graben im T-Rex-Gehege viel mysteriöser. Daraufhin habe ich ihm dann einfach zurückgeschrieben, du, ganz ehrlich, das ist für mich aber kein Diskussionsstoff, weil das ist im Endeffekt einfach ein Filmfehler. Man hat hier einfach einen Fehler gemacht und hat dann irgendwie eine Schlucht eingefügt im Film, damit das eine coole, spannende Szene ergibt. Und dann habe ich da so ein bisschen recherchiert, und dann habe ich gemerkt, das stimmt so nicht ganz. Das heißt, ich bin beim Recherchieren sogar auf genaue Setbilder gestoßen, beziehungsweise auf Setskripte, nennt man das so. Außerdem habe ich Bilder dazu gefunden, die offiziell zum Kanon gehören und das Ganze erklären. Also ja, es gibt eine Erklärung dafür, dass der T-Rex quasi hier einfach aus dem Gehege rausläuft und hier später eine Schlucht ist. Wie sich das Ganze erklären wird, das erfährst du jetzt in diesem Video. Aber Achtung, ganz kurze Warnung, das ist gar nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Aber ey, fangen wir an. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Als Kind ist mir das nie aufgefallen und ich möchte einfach mal wetten, dass den meisten von euch das damals auch nicht aufgefallen ist. Wenn man das aber einmal weiß, dann kriegt man das nicht mehr aus der Birne raus. Ich rede hier von der Szene, in der der T-Rex aus dem Gehege ausbricht. Die Szene aus Jurassic Park 1, eine der ikonischsten Szenen aus dem gesamten Jurassic Park Franchise. Und hier sehen wir ganz klar, der Tyrannosaurus Rex steht oben quasi auf einer Höhe mit der Straße, auf der sich unsere Helden befinden und läuft aus dem Gehege raus. Komischerweise geht das Ganze dann aber so aus, dass Lex und Tim in einem umgekippten Fahrzeug eingesperrt werden und der T-Rex schmeißt das Auto dann oder schiebt das Auto dann über eine Klippe drüber. Lex schafft es noch aus dem Auto heraus, Tim allerdings nicht und plötzlich fliegt die Karre in eine relativ große Schlucht und man dachte als Zuschauer, okay, der kleine Tim ist jetzt tot. Hier kam dann immer wieder die Frage auf, wie kann das denn sein, wenn der T-Rex doch eben gerade noch wirklich auf einer Ebene mit der Straße war, aus dem Gehege rausgelaufen ist. Wo kommt denn bitte dieser fucking Abgrund auf einmal her? Zum einen war hier von einem Graben die Rede, das ist aber auch Quatsch, weil der Graben müsste viel zu groß sein. Später sehen wir ja auch noch, wie Alan Grant hinunter in den Graben läuft und quasi nach Tim sucht, beziehungsweise er und Lex gehen runter und suchen dann nach Tim. Da sieht man auch nichts von einer anderen Seite eines Grabens, nur ein Graben bei zwei Seiten, das sieht man eben im Film auch nicht. Der Graben ist Quatsch und ich bin bei der Recherche auf folgendes Bild gestoßen. Das mag im ersten Moment alles nach ziemlichem Kritzelwirrwärm aussehen, aber an sich zeigt uns das Bild eine ganz wichtige Sache. Die sehen wir nämlich in der Mitte, wo der T-Rex gerade aus dem Gehege ausbricht. Die Nummer 7.1, die ist auf dem Bild betitelt als, so lese ich das zumindest raus, The Hottest Spot. Ich glaube, das soll aber The Highest Spot heißen. Kann das Ganze mit viel Fantasie The Highest Spot heißen, sprich ein Berg oder eben eine Anhörung. Auf jeden Fall geht es hier eben darum, dass diese Anhörung wohl dazu gedacht gewesen ist, dass die Futterstation auf der Anhöhe war, damit die Besucher später den T-Rex zu Gesicht bekommen, wenn eben die Ziege auf der Anhöhung präsentiert wird. Der T-Rex läuft dann eben da hoch, frisst die Ziege. Die Besucher sehen den T-Rex und decken sich alle. Ah, geil, geil. Das hier ist eine offizielle Zeichnung vom Skript, die später eben für den Film gebraucht wurde, um die Szene umzusetzen. Noch dazu gibt es hier eine Beschreibung der Szene, die ich euch hier gerade mal einblende. Und hier wird das, was ich euch eben gerade erklärt habe, auch noch wirklich beschrieben. Das, was wir nämlich hier sehen, ist einfach, dass der Standpunkt, wo der T-Rex steht, ist eben auf dieser Höhenebene der Standpunkt. Aber wo das Auto dann später den Berg runterfällt, ist einfach ein Stückchen weiter an der Seite. Und deswegen fliegt das Auto eben so in die Tiefe, weil da eben eine gewaltige Schlucht ist und der eigentlich das T-Rex-Gehege ist. Das zweite Bild, was ich jetzt hier für euch habe, untermalt das Ganze noch mal ein bisschen mehr. Hierauf sehen wir nämlich dann die Fahrzeuge quasi in grün, wie sie zuerst stehen geblieben sind. Wenn wir uns jetzt hier mal die beiden eingezeichneten Autos angucken, also die eben jetzt hier in grün dargestellt sind, sieht man hier auch ganz schön, wie sich die Autos während des Ausbruchs des T-Rex auch weiter bewegt haben. Zum Teil eben, weil der T-Rex auch selber die Autos bewegt hat. Das obere Auto ist das, um das es geht. Das habe ich hier gerade mal umrahmt. Und da sieht man eben auch, dass der T-Rex das Auto zuerst an die Seite geschoben hat und dann aber noch mal ein Stückchen rüber. Wenn wir jetzt mal die rechte Seite des Geheges betrachten, da sehen wir dann so eine Linie, die durchgezogen ist. Und ein Stück unter der Linie sehen wir hier Goat-Feeding-Spot. Also das ist der Spot, an dem die Ziege auftaucht, die verfüttert wird. Und das ist eben dann diese Anhöhe auf der rechten Seite oder je nachdem, wie man eben drauf schaut, wenn wir auf das Gehege schauen, und auf der linken Seite merkt man dann, dass eine Linie durchgezogen ist. Und hinter der Linie quasi beginnt der Abgrund. Das heißt, der T-Rex hat das Auto bewegt in Richtung Abgrund und hat es dann eben darunter geschmissen. Die folgende Zeichnung ist auch die letzte, die ich jetzt hier im Petto habe, die ich gefunden habe. Es ist eine offizielle Zeichnung zum Film. Die Zeichnung zeigt uns den Jurassic Park, als er schon komplett verwildert ist. Das Ganze wird anscheinend irgendwann zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt sein. Keine Ahnung, da war nichts dazu beschrieben. Hier sieht man auf jeden Fall auch das T-Rex-Gehege. Und auch hier sieht man, wie der Brachiosaurus auf eine Anhöhe steigt, während der andere noch unter ihm ist. Und das ist eben die Stelle, in der der T-Rex auch ausgebrochen ist. Und das war es im Endeffekt auch schon gewesen. Ich dachte mir, wir quatschen da mal drüber. Zum einen, weil ich eben einfach behauptet habe, ey, das ist ein Filmfehler. Und zum anderen, weil ich es interessant finde, dass man das so simpel erklären kann. Und jetzt habt ihr hier eure Erklärung. Das Thema ist jetzt auch vom Tisch. Darüber müssen wir nicht mehr quatschen. Und das war es eben auch schon gewesen. Das war eine Anhöhe, auf die ist der T-Rex gelaufen und hat die Ziege gemampft und ist dann über die Anhöhe ausgebrochen. Er hat das Auto aber in die andere Richtung geschoben und dann quasi die Anhöhe runtergeschoben. Das war es. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Das ist auch, finde ich, das Plausibelste, was da passiert ist. Ich meine, mir ist das jahrelang nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht sein kann. Wenn man das aber einmal im Kopf drin hat, dann stört einen diese Szene doch immer irgendwie. Und jetzt habe ich aber hier diesen Störfaktor auch für euch mal rausgenommen. Jetzt könnt ihr den Film wieder ganz toll genießen. Und wenn eure Freundin oder euer Freund, wer auch immer mal neben euch hockt und dann meint, da stimmt aber irgendwas nicht, dann könnt ihr ganz bewusst auf Pause drücken und sagen, Moment, ich kann dir das erklären. Ziemlich coole Sache. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen und konnte euch da so den kleinen Trigger beim Film gucken irgendwie entfernen. Ich finde es cool. Ich muss sagen, dass mich die Szene dann irgendwie auch immer so ein bisschen... Ja, es fällt halt dann doch auf. Wenn ihr das nächste Mal Jurassic Park in den Blu-ray-Player reinschmeißt, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Da gibt es keinen Grund, sich drüber aufzuregen. Das hat alles seinen Sinn. Sinn macht es übrigens auch, den Kanal hier zu abonnieren, weil ich in Zukunft wesentlich mehr Jurassic Park, Jurassic World und auch Godzilla-Content bringen werde und mir jetzt auch das Buch vornehme. Das heißt, wir besprechen das Buch. Das Ganze wird eben ablaufen wie eine Serienbesprechung, wie ein Review zu einer Serie oder zu einem Film. Nur, dass ich eben Kapitel für Kapitel das Buch mit euch zusammen durchgehe. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann klickt auf jeden Fall nochmal auf die Glocke, abonniert den Kanal, wie gesagt, und genießt sämtliche Fakten, Theorien, Gerüchte über den Jurassic Park, über Jurassic World und eben auch über das Godzilla-Universum. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.